Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelenskyy scheint russische Angaben über eine Eroberung der seit Monaten schwer umkämpften Stadt Bachmut zu bestätigen. Auf die Frage, ob die Stadt im Osten des Landes noch unter ukrainischer Kontrolle sei, sagte er vor einem Treffen mit US-Präsident Joe Biden zum Abschluss des G7-Gipfels im japanischen Hiroshima. Ich denke nein. Er fügte hinzu, für heute ist Bachmut nur in unseren Herzen. Russland hatte am Samstag erklärt, die Stadt vollständig erobert zu haben. Zuvor hatte sich dazu auch der russische Söldner-Chef der Gruppe Wagner, Yevgeny Prigoshin, geäußert und die Einnahme der schwer umkämpften ostukrainischen Stadt verkündet. Die Regierung in Kiew hatte dieser Aussage in einer ersten Reaktion widersprochen. Die Schlacht um Bachmut gilt als die längste und verlustreichste in dem seit 15 Monaten tobenden Krieg. Die weitgehend zerstörte Stadt hat für beide Seiten einen hohen Symbolwert, während die strategische Bedeutung als begrenzt gilt.